Meister des Grauens. Thomas Gottschalk präsentiert Stephen King. Was macht seinen Horror so einzigartig? Stephen King war der erste Autor, der ganz geschickt quasi das Grauen in die Normalität, in die Gegenwart geholt hat. Diese Illusion von Sicherheit, dieses Trügerische. 40 Jahre Erfolgsautor. Stephen King schafft es, dass man sich nicht mehr wohlfühlt in seinem eigenen Haus, dass man sich nicht mehr wohlfühlt in seiner eigenen Haut. Ich verwende ganz Alltägliches, um der Geschichte das Grauen zu geben. Der Meister des Grauens, Stephen King. Donnerstag, 20.15 Uhr bei Vox. Und nun brauche die Vox. Vielen Dank.